Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Part 47 unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Odette Kuna und unserem Emerald. In der letzten Folge haben die zwei noch gespielt, um seine Denkfähigkeit aufzubauen. Das machen die auch noch gerade weiter und jeden Moment müssten unsere Kinder aus der Schule kommen, denn es ist 14.58 Uhr und wir werden sehen, wie das bei denen heute aussieht. Ja, dann schauen wir mal, was uns der heutige Part bringt, ob unser Baby kommt, ob wir Geburtstag feiern können oder ob wieder alles auf einmal kommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, wie gesagt, die beiden, die spielen hier und unsere Kinder sind, wie gesagt, aus der Schule gekommen und haben jeweils ein Schulprojekt mitgebracht. Wir gucken gleich mal bei den Mäusen nach. Oh, Hausaufgaben 25 Prozent erledigt. Sie ist noch Zweier-Oberschülerin, das heißt, was haben wir heute? Montag. Also morgen, die haben auch 25 Prozent schon Hausaufgaben erledigt. Morgen haben die eventuell Geburtstag, weil die Einzerschüler werden. Dann würde ich doch sagen, die Mädels sind hier unten, das ist okay. Macht mal Hausaufgaben alle beide als erstes. Das Schulprojekt verkaufen wir eiskalt, das brauchen wir nicht mehr. Und dieses Bild, die Zahnvieh-Urkunde, ach komm, die können wir auch verkaufen. So, und dann haben wir unsere Daisy. Daisy will gerade was essen. Da können wir das Zeug auch verkaufen. So, und dann macht die jetzt auch Hausaufgaben. So, unsere Mama, die tut, obwohl sie schwanger ist, hier laufen. Okay. Sie will wahrscheinlich die Geburt anregen. Ich habe keine Ahnung. Ich lösche das mal hier. So, jetzt gucken wir mal zu unserem Emerald hoch. Der macht immer noch Formen. Und Mama ist unten und hilft ihm gar nicht. Das ist ja sehr komisch. Wie geht es denn dem kleinen Spatz? Der hat hier noch Essen drin. Okay, das kann er auch noch essen. Und wie geht es ihm? Blenden. Na super, dann spiele mal hier schön, du kleiner Mats. Wie sieht es bei ihm bei den Fähigkeiten aus? Ja, er kriegt jetzt gleich, denken, zwei. Und Töpfchen hat er auch fast zwei. Das werden wir mal im Auge behalten, wenn der fertig ist. Nämlich mit Denken. Dann soll die Mama ihm nochmal Töpfchen beibringen. Und sie trainiert. Wie weit ist sie? Na, ich will hier gucken. In dem Dings da, wie sieht es aus? Zweites Trimester. Also sie kommt erst in drei Stunden ins dritte Trimester. Was willst du machen? Getränk einschenken? Nee, nee, nee. Sie hat Fitnessfähigkeit Level 5 erreicht. Aber ich würde sagen, wir gehen dann mal hoch. Charles Gunnar ruft an, um zu plaudern. Willst du rangehen? Ja, klar. Plauder mal mit deiner Schwester. So, Emerald, wo rennst du hin? Okay, er will was essen. Aber wieso will der was? Nee, er hat das da hochgestellt, oder? Brathähnchen stehen hier draußen. Die tun wir mal da rein. Willst du jetzt schon wieder essen, Kind? Und er ist jetzt plötzlich ganz, ganz müde geworden. Naja, gut, es ist auch schon wieder 17.15 Uhr. Ui, 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 das stinkt. Was kannst du denn nicht essen? Hör auf. Isst das mal nicht. Das ist schlecht. Hallo, loslassen. Schmeiß mal in den Müll. So. Wir haben das, der immer Sauerei macht beim Essen. Odette, kommst du mal und bringst ihm mal bei, aufs Töpfchen zu gehen? Dann hat er nämlich Töpfchen-Level 2. Und das ist auch verdorben. Also, Essen darf man bei ihm nicht rumstehen lassen. Was machst du da? Ist auch verdorben. Ja, sage mal. So, deine Mama kommt jetzt. Die bringt dir noch bei, aufs Töpfchen zu gehen. Du hast doch gar keinen Hunger. Ja, aber du brauchst eh Aufmerksamkeit und Blase. Das passt schon. Daniela ist fertig mit Hausaufgaben machen. Hast du die auch wieder ins Inventar gepackt? Nein. Jetzt. Super. So, und ihr zwei? Daisy hat auch die Hausaufgaben fertig. Super. Gucken wir auch hier nach, ob die drin sind. Ja. Na, dann kann ja morgen nichts mehr schief gehen. Und Emerald hat Töpfchen-Fähigkeit Level 2 erreicht. Dann kann der nämlich jetzt selber gehen. Das ist sehr gut. Unser Staubsauger tut doch schon wieder rumspinnen. Daisy, kannst du mal den Müll leeren? Das wäre sehr nett von dir. Was ist denn das? Auf dem Abendmarkt einkaufen. Das kannst du dann machen, wenn du ausgezogen bist, Mäusi. Da kannst du tun und lassen, was du möchtest. Jetzt kommt der Staubsauger und macht hier ein Radau. Na ja, gut. Okay. So, die zwei sind gleich fertig mit Betttöpfchen gehen. Jawohl. Und Odette, dann bring mal den kleinen Mann ins Bettchen. Der ist nämlich schon ganz müde. Persönlichkeitsmerkmal. Daniela, Betreuer. Okay. Gut. So, aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir, wieso gehst du nicht und machst den Staubsauger? Hier, hallo, Müll leeren. Odette, du kannst hier mal bis zur Perfektion polieren, damit dein kleines Söhnchen nicht so in der Stinkewindel liegen muss. So, und dann müssen wir uns um die Bedürfnisse von der Mama kümmern. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Morgen wieder. Ich bring die Mannschaft ins Bett. Bis gleich. So, guten Morgen. Desi springt aus dem Bett und die arme Maus soll gleich mal, ich weiß nicht, was sie hat, aber glücklich steht eigentlich, sie soll gleich mal hier reparieren, denn die Odette hat gestern die Dusche noch kaputt gemacht, also in der Nacht, wo ich die ins Bett geschafft habe. Und hier hat unsere Daniela die Toilette kaputt gemacht. Außerdem hat die ihr Zeug nicht aufgeräumt, also nicht so toll das Ganze. Aber gut, es ist 5.16 Uhr, wir haben noch Zeit und sie hat Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Jetzt gucken wir mal, ob die tatsächlich Geburtstag haben kann vielleicht, also ob die Einzelschülerin werden kann. Ja, sieht gut aus. So, Mäusi, dann geh mal schnell auf Toilette, wie ein Champion-Pieseln, dann werf das weg und wisch hier auf und dann kannst du dir nämlich Reste nehmen. So, unser Staubsauger scheint in Ordnung zu sein und dann gucken wir mal, wann die nächste Maus aufgewacht ist. So, um 6 Uhr ist unsere Daniela wach. Daniela, auch für dich habe ich gleich einen morgendlichen Job und zwar kannst du hier reparieren. Desi, das bringt nichts, wenn da noch nicht repariert ist, zu wischen. Das macht dann deine Schwester und unsere Odette ist auch wach. Odette braucht auch was zum Essen. Naja, da können die doch schön gemeinsam frühstücken am Morgen. Nimm dir auch mal bitte Reste. So, sie putzt und die beiden frühstücken schon mal. Und wenn du das gemacht hast, Daniela, kannst du noch schnell hier wischen. Ja, die müssen zwar zwischen Stinkchen Tellern essen, aber ja gut, das ist nun mal so. Okay. Nee, Daniela muss auf jeden Fall dann, bevor sie ist, erst mal unter die Dusche. Hoffentlich macht sie die nicht wieder kaputt. So, Desi, wie sieht es bei dir aus? Perfekt. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Hast du jetzt die Spülmaschine kaputt gemacht? Dann lenk mal deine Schwester nicht ab und tu mal den Reparaturservice engagieren. Daniela hat die Fitnessfähigkeit erreicht. Die ist jetzt fertig. Dann kann die gleich duschen gehen. Geh mal schnell duschen noch. Äh, da brauchst du nicht aufwischen. Dann muss erst der Reparaturservice kommen. So, Desi, sei mal so gut und räum mal den Tisch noch ab. Vollständig. Schon eine hübsche Maus, ne? Wieso gehst du da rein? Ich habe das doch zugewiesen gehabt. Wieso stellst du das da hin? Also gut, ausnahmsweise tue ich das hier reinschmeißen. Aber nur ausnahmsweise. So, Daniela hat jetzt fertig geduscht. Und kann sie noch frühstücken? Ja. Daniela, dann nimm dir nochmal Frühstück. Reste nehmen. So. Die zwei unterhalten sich hier. Aber die ist schon wieder wütend, unsere Odette. Jetzt kommt der Reparaturservice und zwar sehr wütend. Sie beschwert sich bei ihrer Tochter, dass sie so aussieht, wie sie ausschaut. Und jetzt? Okay, sie will sich beruhigen. Das ist auch gut. So, dann schicken wir die alleine los, wie immer. Lernt schön fleißig, Kinderlein. So, und ich packe mal das Essen. Ne, das können wir doch draußen lassen, denn unser Emerald wird sicherlich Hunger haben. Ja. Wie vermutet, wenn der aufgeschlafen hat, kann der sich dann hier Essen nehmen. Genau. Sehr gut. So, die beiden müssten gleich in der Schule sein. Und dann unser Reparaturservice ist, hat alles repariert und ist gegangen. Das ist sehr gut. Die erste Dame ist in der Schule. Die Mama kann mal hier aufwischen. Und unser Emerald ist wach geworden. Der kann sich hier Essen nehmen. Super. So, und unsere Mäuse, die lassen wir mal fleißig lernen. Und bevor hier irgendwelche Schwierigkeiten passieren, wird unsere Odette gleich mal noch einen Kuchen backen. So, und zwar nehmen wir Hamburger Kuchen, so wie immer. Und was machst du da? Mit Freunden reden. Herrlich. So, und der kleine Spatz, der ist. So, Emerald ist fertig mit Essen. Hm, Mama, könntest du dann ihm noch mal Formen beibringen? Aber erst, wenn du fertig bist. Weil sie hat abgebrochen. Hallo. Hier. Fortsetzen. Emerald, dann mach du mal der Weile Spielzeug spielen. Mit dem Triteratropst. Triteratropst. Oder wie das Ding heißt. Also auf jeden Fall mit diesem Dinosaurier. So, genau. Spiel schön, bis die Mama fertig ist. So, Freundschaftsdienst. Der Freund von Desi hat nicht für die wichtige Klassenarbeit gelernt. Oh je, da kann man nicht helfen, da kriegt man schlechte Leistungen. Und er will nie wieder ihr helfen. Hm, 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 so ist das eben. So, der kleine Mann, der spielt hier schön. Unsere Mama, die es müsste jetzt im dritten Trimester sein, oder? Ja, genau, Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hoffentlich überschlagen sich die Ereignisse nicht. Setz mal gleich eine Geburtstagskerze drauf. Meine Güte, bist du wütend. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Wahnsinn. So, tu mal dem kleinen Mann jetzt Formen beibringen. Emerald, hör mal auf mit Spielen. Du brauchst eh Aufmerksamkeit. Da könnt ihr zwei nochmal Formen machen. So wie gestern. Und warten, bis die Mädels aus der Schule kommen. Eieieiei, ist die wütend. Und ich helfe ihr mal hier schnell, so. So, könnt ihr zwei jetzt? Oh, süß. Er mag Aufmerksamkeit. Und sie erzählt ihm von einer Schatzkiste ja super und von einem Dino. Ach, wie schön. Die brabbeln gemeinsam. Das könntet er eigentlich auch machen. Okay, er redet von einem Puppenhaus. Könnt ihr denn? Äh, hallo, ich möchte, dass du mit ihm, kannst du mit ihm reden? Ach, er wollte Puppenhaus spielen. Oh, süß. Zuwendung. Familiärer Kuss. Gib ihm mal einen familiären Kuss, während ich hier suche, dass du mit ihm Flashkarten oder sowas machen kannst. Bella, was ist? Oh, wir haben keine Zeit. Wir sind alleine mit dem Kleinen. Sorry. So, jetzt bleib mal stehen. Wir wollen eigentlich mit dir was machen. Freundlich. Geschichten? Wieso geht das nicht? Gut, dann machen wir das anders. Ich finde es jetzt nicht. Dann bring mal Emerald Formen bei. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. So, jawohl. Jetzt tun die sich wieder umarmen. Hallo, du sollst ihm Formen beibringen. Okay, jetzt. Beim dritten Versuch. Das gibt es ja nicht. So, und, kleiner Mann? Da hast du dann gleich Denkfähigkeit. Drei Bälle ruft schon wieder an. Hallo? Hallo, wir brauchen nicht auf die Gikon. So, und die zwei, die üben hier schön. Und wenn unsere Mädels wieder zu Hause sind, hole ich euch zurück, denn da wird jetzt nicht so viel passieren. Die werden 50.000 Jahre spielen. Bis gleich. So, sie sind jetzt fertig. Wie ich gesagt habe, es ist 14.22 Uhr und unser kleiner Emerald ist traurig. Wieso ist der traurig? Weil der Hunger hat. Und die Mama hat auch Hunger. Oh Gott, die pfeffert hier den... Mach das mal weg. Und nimm dir mal Reste. Und dann kann der kleine Mann hier Makronen essen. Nein. Geh weg. Esst mal gemeinsam, ihr zwei. So, ich habe ihr jetzt noch aufgetragen, was aus dem Kühl... Heiliges Blechle, scheppert den Kühlschrank nicht so. Gibt es das denn auch noch? Was hast denn du dir rausgeholt? Würstchen mit Paprika. Sieht aber lecker aus, ne? So, und für den kleinen Mann gibt es hier Mandelmakronen. Ob der davon satt wird? Ich wage es zu bezweifeln. Ihr ging es die ganze Zeit relativ gut, aber... Okay, der Geist von Gary schwindet. Und gute Noten. Daniela ist heimgekommen. Und Daisy ist heimgekommen. Und soll ich euch was sagen? Die werden gleich Geburtstag haben. Wir beginnen mit der Daniela. Kerzen auspusten. Und die Verantwortung von Daisy reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Na, das ist ja super. So, Odette, kannst du mal bitte mit hier hochkommen? So, und du kleiner Mann, du kannst mal aufs Töpfchen gehen. So, Daisy, es ist soweit. Herzlichen Glückwunsch. Daniela ist älter geworden. Super, sie... Wir würfeln. Chaoten. Ich würfel nochmal. Faul. Naja, das ist auch nicht viel besser. Aber sie ist Perfektionistin. Sie ist Kinderinsel und faul. Dann nehmen wir... Wählen wir ein Bestreben. Ort würde ich sagen. Strandleben. Weil wenn sie Kinderinsel ist, nehmen wir das. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Und sie hat Abschluss mit Auszeichnung. Super. Schnell Geburtstagskerzen. Halt, stopp, 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 stopp. Schnell Geburtstagskerzen drauf. Geburtstagskerzen. Markus, was ist los? Odette, dein Ruf ist alles in der... Nein, wir wollen doch keinen Job nehmen. Und es gab Geschenke. Oh je, wieso weinst du? So, Daisy, jetzt bist du dran. Kerzen auspusten. Äh, bleib doch mal hier, Daniela. Hier hingehen. Und du, Odette, auch hier hingehen. Bleibt mal alle da. Eure Schwester hat Geburtstag. Und es gab aber aller, allerhand... Hallo, hier bleiben. Alle Mann, hier bleiben. Mama, auch hier hingehen. Kommt, 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 kommt. Ich will ein Foto machen. So, Daniela hat ihr Diplom erhalten. Und wir wählen das Merkmal zufällig. Öko-Fanatikerin, Recycle-Fan. Und dann würde ich sagen, sie macht auf jeden Fall was mit Umwelt. Natur, Öko-Fan, Landschaftspflegerin, freiberufliche Botanikerin. Hier, Öko-Innovatorin macht. Und sie hat Abschluss mit Auszeichnung. So, beide Mädels sind älter geworden. Und damit ziehen die aus. Unser Emerald ist fertig mit Toilette. Und unsere Mama, die kommt hier und kümmert sich um den Kleinen. Dann sind die nämlich jetzt nur noch zu zweit. Dann hole ich euch zurück, wenn die beiden ausgezogen sind. Die wollen Sport machen. So, stopp. So, dann ziehen jetzt unsere Zwillinge aus. Ich bin hier in dem Haushalteverwalten. Die Daniela und die Desi ziehen aus. Müssen wir nochmal anklicken. So, die gehen hier rüber. Und wir geben denen aber Geld mit. Und zwar 20.000 für jeden 10.000. Weil sonst wird es nämlich dort langsam eng. Denn ich musste, so wenig waren hier nicht im Haushalt, die Bella ausziehen lassen. Denn die hat, ich zeige es euch gleich. So, jetzt sind sie alleine. Hier haben wir nämlich unsere Bella. Die ist derzeit nicht in der Welt. Die hat nämlich ein Baby und ein Säugling. Und ist mit diesem Mike zusammen. Und für die müssen wir jetzt noch eine Wohnung suchen. So, und die sind jetzt nach Solani gezogen. Hierhin. Jetzt tue ich die alle nochmal auf ungespielt machen. Und dann sehen wir uns nochmal bei der Odette. So, wir sind wieder zurück. Und ihr seht schon, ich habe gestoppt. Allerdings frage ich mich, wo ihr Bauch hin ist. Ich habe schon einen Schock gekriegt, aber es steht noch in der Leiste. Und jetzt sind die zwei nur noch alleine. Jetzt muss der Emerald recht schnell lernen, um größer zu werden. Ja, und dann hoffe ich auf ein paar mehr Kinder, dass wir hier vorwärts kommen. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Dass es wirklich so wenig waren, nur zum Anfang, als wir mit, ja, als die Materialchen 1 am Werk war. Gut, aber sei es drum. Es ist so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben wieder zwei Kinder großgebracht. Und die kommen natürlich in unsere Liste rein. Wir haben jetzt 57 Kinder großgezogen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Tschüss und ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.